Ah, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meiner Präsentation und freue mich, dass Sie hier sind. Mein Name ist Joni und ich werde heute über das Thema brauchen Familien gemeinsames Abendessen sprechen. Meine Präsentation wird aus folgenden Teilen bestehen. Einleitung, Erfahrung, Situation in Vietnam, Vorteile zu diesem Thema, Nachteile zu diesem Thema, Abschluss und Meinung äußern. Beginnen möchte ich mit meiner persönlichen Erfahrung. In meiner Familie ist das gemeinsame Abendessen schon immer ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags gewesen. Es bietet uns die Möglichkeit, uns in Ruhe auszutauschen, unseren Tag zu teilen und uns nahe zu fühlen. Nun möchte ich auf die Situation in Vietnam eingehen. In vielen vietnamesischen Familien wird das gemeinsame Abendessen ebenfalls geschätzt und praktiziert. Es schafft Raum für familiäre Bindungen, fördert den Austausch und stärkt den Zusammenhalt innerhalb der Familie. Diese Praxis ist in Vietnam weit verbreitet und hat einen positiven Einfluss auf das Familienleben. Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Vorteile dieses Themas werfen. Das gemeinsame Abendessen ermöglicht es Familien, ihre Kommunikation und Intuation zu verbessern. Es bietet einen Raum für Gespräche, in dem Eltern ihre Kinder unterstützen und ihnen Werte und Traditionen vermitteln können. Darüber hinaus fördert es ein gesundes Ernährungsverhalten und schafft eine entspannte Atmosphäre, in der sich alle Familienmitglieder wohl fühlen können. Neben den Vorteilen gibt es auch einige Nachteile des gemeinsamen Abendessens. Manchmal kann es schwierig sein, den Zeitplan aller Familienmitglieder unter einen Hut zu bringen. Auch kann es vorkommen, dass es Meinungsverschiedenheiten über die Auswahl oder Zubereitung der Mahlzeiten gibt. Diese Herausforderungen müssen individuell bewältigt werden, um das gemeinsame Abendessen erfolgreich umzusetzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das gemeinsame Abendessen in Familien eine wertvolle Tradition ist. Es stärkt die familiäre Bindung, fördert den Austausch von Werten und baut ein starkes Familiengefühl auf. Meine Meinung ist, dass es wichtig ist, diese Tradition aufrecht zu erhalten und zu fördern. Abschließend möchte ich Ihnen allen empfehlen, das gemeinsame Abendessen in Ihrer Familie auszuprobieren, falls Sie es noch nicht tun. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen, sich zu verbinden und kostbare Erinnerungen zu schaffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie einen wunderbaren Tag. B. Dein Vortrag über Brauchen Familien gemeinsames Abendessen war wirklich interessant. Ich habe eine Frage dazu. Stimmt es, dass gemeinsames Abendessen helfen kann, die Bindung innerhalb der Familie zu stärken? Ah, ja, absolut. Gemeinsames Abendessen ist eine gute Möglichkeit für Familienmitglieder, Zeit miteinander zu verbringen und sich auszutauschen. Es fördert die Kommunikation und stärkt die familiäre Bindung. Ah, guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meiner Präsentation und freue mich, dass Sie hier sind. Mein Name ist Joni und ich werde heute über das Thema Brauchen Familien gemeinsames Abendessen sprechen. Meine Präsentation wird aus folgenden Teilen bestehen. Einleitung, Erfahrung, Situation in Vietnam, Vorteile zu diesem Thema, Nachteile zu diesem Thema, Abschluss und Meinung äußern. Beginnen möchte ich mit meiner persönlichen Erfahrung. In meiner Familie ist das gemeinsame Abendessen schon immer ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags gewesen. Es bietet uns die Möglichkeit, uns in Ruhe auszutauschen, unseren Tag zu teilen und uns nahe zu fühlen. Nun möchte ich auf die Situation in Vietnam eingehen. In vielen vietnamesischen Familien wird das gemeinsame Abendessen ebenfalls geschätzt und praktiziert. Es schafft Raum für familiäre Bindungen, fördert den Austausch und stärkt den Zusammenhalt innerhalb der Familie. Diese Praxis ist in Vietnam weit verbreitet und hat einen positiven Einfluss auf das Familienleben. Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Vorteile dieses Themas werfen. Das gemeinsame Abendessen ermöglicht es Familien, ihre Kommunikation und Interaktion zu verbessern. Es bietet einen Raum für Gespräche, in dem Eltern ihre Kinder unterstützen und ihnen Werte und Traditionen vermitteln können. Darüber hinaus fördert es ein gesundes Ernährungsverhalten und schafft eine entspannte Atmosphäre, in der sich alle Familienmitglieder wohl fühlen können. Neben den Vorteilen gibt es auch einige Nachteile des gemeinsamen Abendessens. Manchmal kann es schwierig sein, den Zeitplan aller Familienmitglieder unter einen Hut zu bringen. Auch kann es vorkommen, dass es Meinungsverschiedenheiten über die Auswahl oder Zubereitung der Mahlzeiten gibt. Diese Herausforderungen müssen individuell bewältigt werden, um das gemeinsame Abendessen erfolgreich umzusetzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das gemeinsame Abendessen in Familien eine wertvolle Tradition ist. Es stärkt die familiäre Bindung, fördert den Austausch von Werten und baut ein starkes Familiengefühl auf. Meine Meinung ist, dass es wichtig ist, diese Tradition aufrecht zu erhalten und zu fördern. Abschließend möchte ich Ihnen allen empfehlen, das gemeinsame Abendessen in Ihrer Familie auszuprobieren, falls Sie es noch nicht tun. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen, sich zu verbinden und kostbare Erinnerungen zu schaffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie einen wunderbaren Tag. B. Dein Vortrag über Brauchen Familien gemeinsames Abendessen war wirklich interessant. Ich habe eine Frage dazu. Stimmt es, dass gemeinsames Abendessen helfen kann, die Bindung innerhalb der Familie zu stärken? Ah, ja, absolut. Gemeinsames Abendessen ist eine gute Möglichkeit für Familienmitglieder, Zeit miteinander zu verbringen und sich auszutauschen. Es fördert die Kommunikation und stärkt die familiäre Bindung. Das war es, dass wir nicht wünschen. Untertitelung. BR 2018